Glauben Sie, dass Russland der Meinung ist, nach dem Kriegsende alles wieder zur Normalität mit dem Westen zurückkehrt? Ich denke, von russischer Seite besteht da eine gewisse Erwartung. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russland diesbezüglich Hoffnungen in der Vergangenheit ja gemacht wurden. Wir dürfen nicht vergessen, dass der heutige deutsche Bundespräsident 2016, glaube ich, war es, während in der Ostukraine noch immer vereinzelte Gefechte stattfanden, während Russland die Krim annektiert hatte und in der Ostukraine Invasionstruppen hatte, hat der heutige Bundespräsident eine Aufhebung der Sanktionen gefordert. Am Ende wird es so sein, dass Russland billige Rohstoffe wie ein Köder vor Europa hin und her baumeln lässt und erklärt, jetzt ist eh alles vorbei. Was sollen Sanktionen jetzt noch bringen? Die Hoffnung besteht von russischer Seite sicher, denn wir haben in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie die Pipeline-Infrastruktur ist. Russland kann andere Käufer für seine Rohstoffe finden. Es hat nur Probleme, die Rohstoffe dorthin zu bringen und dies günstig genug zu tun. Denn wenn Australien aus Russland, um jetzt mal ein Land zu nehmen, was möglichst weit weg ist, Australien aus Russland Öl kauft, das ist schon möglich. Aber wenn es das per Schiff aus dem Schwarzen Meer bringen muss, dann verbrennt es bildlich gesprochen die Hälfte des transportierten Öls nur bei dem Transport nach Australien. Dementsprechend billig müsste das Öl dort sein. Für Russland war es perfekt, nach Westeuropa zu verkaufen, denn die Pipelines bezahlt man einmal und danach hat man gewisse Wartungskosten, aber im Prinzip sind die abbezahlt. Und Westeuropa hat das Öl abgekauft zu guten Preisen und Russland hat dort eine starke Marktposition gehabt. Nicht richtig Monopolist, aber es hat den Markt so dominiert, dass es ein gutes Wort mitreden konnte bei den Preisen. Wenn Russland Öl an China verkaufen will und eine Pipeline dorthin baut, dann ist Russland mindestens so von China abhängig wie China vom russischen Öl, denn China ist der einzige potenzielle Abnehmer. In Westeuropa ist es so, wenn über eine Pipeline Deutschland nichts kaufen will, dann kann es Russland an Österreich verkaufen, an die Schweiz, an Polen, theoretisch zumindest. Und das war eine sehr angenehme Situation für die Russen. Dass sie zu der zurück wollen, da habe ich keinerlei Zweifel. Werden sie es schaffen, das wird schlicht von der Politik abhängen. Es kommt darauf an, wie die wirtschaftliche Situation in Europa ist, was es dann an Regierungen gibt, wenn die wirtschaftliche Not, wenn es zu einer größeren Wirtschaftskrise in Mittel- und Westeuropa kommt und die Situation verzweifelt genug ist, dann würde es auch dort sicherlich erfolgreiche Anstrengungen geben, die Sanktionen wieder aufzuheben. Dass das aktuell wahrscheinlich ist, würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, aber ich halte es eindeutig für möglich. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen, im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Horsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen.